Ach so, ich war da noch nie. Also ich habe das bestimmt schon mal unterbewusst gesehen, aber mir noch nie einen Kopf drüber gemacht. Wir kriegen hier noch eins in die Fresse. Ja, es kann sein, dass da eine Fresse ist. Wenn er dann hierher kommt oder wahrscheinlich Richtung versunkenes Dorf weiter wegrennen, das denke ich mal eher. Ja, wir können dann noch mal kurz warten. Ach so, du meinst, das kann natürlich auch sein. Da läuft er. Wir pissen uns. Hallo. Oh, du willst mich doch verarschen. Da hat mir direkt einer reingezimmert. Was ist hier los? Der Kopf, Jungs, der Kopf. Ey. Bin ich da so deutlich zu sehen? Wo hat der denn da geschossen? Sag mal. Oh, ey. Schreckhaft. Ich schreck schon wieder zusammen. Weißt du, ich sehe da hinten so einen Millimeter Minifigur rennen. Und der war ja nun wirklich komplett zu sehen. Und trotzdem winzig. Und er entdeckt meinen Kopf. Auf, Alba. Das klappt sich aber selber nicht. Da könnte man mal zum Checkpoint gucken. Also. Leck mich doch am Arsch. Kann ja jetzt wohl hier nicht wahr sein, Alemann. Sind denn die noch zu retten, sag ich mal? Nein, nein. Oh, ey. Man hat es ja nur mit Gestörten zu tun. Die ganze Insel, Junge, nur Gestörte. Ja, ist denn das die Möglichkeit, sag mal? Ich denke, die sind schon alle weg. Ey, komplett wahnsinnig, die Leute. Habe ich irgendwas an? So eine Rundumleuchter auf dem Schädel oder was? Keine Ahnung. Total akku, die ganze Bande hier. Was treiben die sich eigentlich zu so später Zeit noch auf dieser Map darum? Also an diesem Punkt, ist man da nicht schon fast wieder auf der anderen Seite oder im Holzlager oder so? Was macht man eine Viertelstunde später immer noch hier vorne in diesem Bereich? Die Leute nichts zu tun. Da brauche ich gar nicht gucken. So. 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 da hätten wir das erste schon mal platziert da können wir nachher noch mal rein, wenn das Iskra fertig gebaut ist Squash haben wir ja auch wieder gefunden für die Iskra Produktion, sehr gut naja, es kann sein, dass die alle Skepsis machen wollen hat er jetzt natürlich gehört aber was willst du machen ey, leck mich doch im Arsch, 34 Kilo und schon komplett überladen das kann nicht passen hat er was in der Tasche, ne auch nicht Ach Alter, oh Mann und da kann man erstmal noch was trinken bisschen den Metabolismus leveln okay zwei Wasserfilter, alter meine Waffe ist rot was ist da los, scheiße ey, ich hab wohl die falsche Munition oder was leck mich am Arsch ich hab diesen Exit, alter ne, das kann jetzt nicht euer fucking ernst sein okay 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 okay